moin leute und herzlich willkommen zurück zur dritten folge von unseren minecraft let's play auf jeden fall wir haben den ansatz des hauses und alles ist gut muss noch die decke und dann können auch schon treppen rein für die obere etage aber das hat ja noch alles fertig na ich würde sagen wir beeilen uns damit wir auch schnell andere sachen bauen können wie zum beispiel lagerraum im keller und ich wollte gerade sagen weil ich die letzte folge irgendwie ein bisschen nicht so effektiv war fang ich jetzt mal an mit dem keller ja die letzte folge war irgendwie ein bisschen so ein keine ahnung ja einfach nur so ein bisschen chillen für die unterhaltung sorgen und alles ist gut so muss das sein genau dann ab geht's in den keller ab in keller mit ihr geht's auf geht's in den keller ich gehe in den keller 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 hey vielleicht treffen wir hier ja auf irgendwas besonderes vielleicht vielleicht aber auch nicht wer weiß das schon ja sagen wer weiß das schon wow nico wir sind auf einer höhle gestoßen wir waren gerade noch daran mit über drüber zu reden wenn wir denn auch was gutem stoßen und jetzt haben wir uns gleich eine höhle hier gefunden ich gehe mir jetzt mal kurz ein paar stickys holen damit ich mir gerade erschrocken ich habe mich nicht gesehen und auf einmal öffnet sich die truhe und dann heißt ich bin dafür dass wir erstmal in die höhle gehen ja dann gehen wir kommst du mit dafür bräuchten wir erstmal genug Waffen und lassen wir erstmal das Haus zum teil fertig bauen ich weiß doch dass du mit willst ja aber wir bräuchten erstmal genug Waffen ich weiß dass du mit willst schau dich gleich hey gut das war eine ansage brauchst du fackeln ja wo bist du denn in der höhle noch gar nicht ich bin aber schon in der höhle nicht okay warte ich bin gleich da die lang auch erstmal 64 fackeln ja gut weil wir haben wir zu jetzt nicht das leben breaker bringen das ist fakt ist die 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 höhle ist unter unserem haushand und wir geh doch einfach hinein oder auch nicht dann gehen wir wieder hoch nee komm her hier ich baue gar ne Treppe geh nur nicht was denn da ist für ne scheiß Treppe hey geh doch weg da jetzt geh weg da ach egal das ist ne scheiß Treppe Eisen ja ich hab auch Eis gefunden Eisen aber das ist sehr gruselig hier weil es so dunkel ist ja egal wir schauen einfach was uns das noch hier bringt also erstmal gucken wir hier rum weil das wäre echt süß wenn wir jetzt Diamanten finden würden naja ich geh hier sowieso nicht weiter runter weil ich keine Fackeln hab ich hab doch gesagt ich hab dir welche mitgenommen ja du hast mir aber keine gegeben hast du Tomaten auf den Ohren du hast mir aber keine gegeben du hast ja auch nicht gefragt ja weil du nichts gesagt hast du hast ja auch nicht gesagt welches Level du bist doch 6 du Halunke doch mal nicht solche Ausdrücke hier okay entschuldigung oder entschuldigung wo bist du jetzt eine Etage tiefer wie du die Treppe ist kaputt brauchst du da glatt sind hä weil ich einmal nach oben kommen musste bitte einmal bitte umdrehen warte was machst denn du da unten ich brauch Fackeln ich schmeiß dir welche runter okay danke wie viel waren das jetzt so danke ja bitte wenn du Redstone findest dann sammle das mal ein das brauche ich später natürlich meine Treppe ist aber viel geiler als deine ja egal hauptsache eine Treppe richtig während du denn da lang gehst Alter was ich habe baue ich hole ich mir auf jeden Fall ähm na wie heißt das ich habe den Namen vergessen Pizza ne ein Eimer genau und dann baue ich ein Feld das wäre mein nächster Vorschlag ein auf den das wäre wirklich dumm wenn wir das jetzt hier weg machen würden was denn ach hier ist nur so eine riesige Wasserfitz über mir gewesen Zombies werden hier erst in der Nacht gespawnt ne in der Höhle glaube ich immer oder echt weiß ich jetzt so gar nicht weil ja ne ich nehme dich auch nicht hier ist gerade voll schöne Stille das ist ja das Schlimme da dran findest du ja die Ruhe vor dem Sturm ja gut aber hier gibt es auf jeden Fall sehr viel Eisen und Eisen macht uns alle happy Kohle 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 Eisen 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 Ach ja Eisen brauchen wir auch für Eisenspitzhacke und sowas ja mit der Eisenspitzhacke also wenn du jetzt mit der Steinspitzhacke Diamanten finden solltest ja das wird nichts du ne nicht abbauen du kannst lange kloppen also naja der verschwindet ja der verschwindet halt ja ich merke schon ich bin einfach jetzt viel zu tief drin gewesen glaube ich verdammt hier geht es nicht weiter verdammt ich lasse die Fackeln auf jeden Fall stehen damit ich weiß dass sie hier schon mal war ok wir können jetzt auch ein richtiges Stück Rind essen von Argentinien von Argentinien? Argentinien? Argentinien 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 warum? war sich auch nicht so langweilig aber ich bin jetzt schon Level 9 welches Level bist du? 7 ok oh immer dieser Moment wenn du in einer Höhle bist und du siehst einfach tausend Wege auf einmal im Prinzip 2 und du musst dich nur für einen entscheiden und beide sind so geil so weißt du? mhm ja ja täusche ich mich oder steht da unten ein nein ich hab mich getäuscht aber Leute es geht steil bergab hier Nico es geht nicht bergauf es geht bergab und aus wie viel Eisen hast du schon? ähm ich habe 22 oha ok gut ich hab 44 ok und hab ich Holz dabei? nein mir fehlt ein Holz dann hätte ich jetzt hier safe wie brauchst du denn jetzt Holz? hätte ich safe machen können wieso safe? weil es hier ziemlich mit ziemlich meine ich sehr ziemlich steil runter geht ach so und ich will hier jetzt am liebsten runter aber da unten ist ein Zombie und ich hab... und ich hab kein Schwert bei dir? nein habe ich nicht das ist aber Schwert ja und deswegen komme ich jetzt einfach wieder zurück alles klar wenn ich den Weg finde wenn du den Weg findest bist du noch oben oder bist du schon wieder draußen? ich bin noch in der Höhle ich bin sogar hinter dir sehr gut dann gehörst du gleich mit den Weg suchen hab ihn gefunden hätte ich ja auch sagen können wo der Weg ist wollen wir da gleich mal runter gehen? können wir gleich machen dann lass uns aber ein bisschen vorsorgen hier ja eben Eisenschwert ja und eine Spitzhacke machen aus Eisen zumindest zwei und mal alles safen ja und auf jeden Fall zwei Eisenspitzhacken falls wir die das finden oder so ja auf jeden brauchen wir nämlich und fackeln ja machen wir auch noch ein paar ne? ja so ich mach mal eben hier noch zwei mich stürzt nur irgendwie dass da äh keine Zombies jetzt waren ein bisschen langweilig gewesen da unten waren Zombies ja wie teilt der das denn nochmal? achso ja wie meinst du das teilt der das? ja ne schon ok ok schmeiß mal dein Eisen da oben rein ja mach ich gleich mal einen Moment bitte oben? ja aber ich mach nochmal ein paar Eisenspitzhacken weil wir können nicht die ganze Zeit die Eisenspitzhacken benutzen ja ich hatte äh ich hatte jetzt eben 44 Eisen ich hab keinen Stein hast du noch Stein bei dir? 5 Stück damit kommen wir nicht zusammen weit wollen wir mal eben kurz schlafen gehen? ja ja hm ich hab schon was trinken hier so und wir leben wieder und wieder immer noch aber wir sind wieder aufgewacht ja Eisen fertig? momentan 12 das reicht um zwei Spitzhacken aus Eisen zu machen ja meinst du? ja ich erstelle den 2 Namen mhm so wo bist denn du? ich pack grad Holz äh Eisen äh Stein ein einmal alles durch hast du noch Kohle? in der Truhe hab ich die alle reingelegt super ooooha warte mal warte mal ich hol mal eben das Essen aus der alten Höhle ja dann machen wir jetzt kurz bis ich ne Höhlen tue genau auch nicht schlecht weil spontan ist doch immer am besten Leute wissen wir doch ach aber da ich vergessen hab äh den Timer zu stellen weiß ich auch nicht genau wann die Folge zählt ist ach wir machen so pipapo so hier ist auch noch neue für Spohle denn wie unnötig wie so wie unnötig ja weil ich hier eben das Holz in die Truhe legen wollte hab's dann von einem Platz in meinem Inventar einfach eins nach unten gelegt und hab's nicht in die Truhe gelegt so trottelhaft ne aber das bin ich hey ja haben wir ja letztens schon mal drüber geredet ja genau hier ich hab dir ein paar Fackeln da hingeschmissen ja Moment bitte ich mach grad erstmal hier die Steindinger so ähm da ich nicht genug äh Eisen hat äh Stein hatte kriegt ähm jeder drei äh Dings nicht hier irgendwie alle wieder selber aufsammeln boah sag mal ne doch ne ne hab ich glaube ich mal eine kaputte gegeben oder dann müssen wir jetzt nochmal also wir haben jetzt 40 Eisen so viel steht fest gut hast du doch schon die Eisenspitzhacke gemacht? ja dann gib mir mal wieder eine ich war eigentlich der Meinung dass ich dir schon eine gegeben habe aber ich hab grad erst gesehen dass ich dir noch keine gegeben hab so dann würde ich sagen sind wir bereit oder? wir sind bereit Eieieieit. Ja, komm. Hast du dir jetzt auch schon ein Schwert gemacht? Ach, nee. Dachte ich doch. Du? Ja, ich hab schon die ganze Zeit ein Schwert. Ja, man vergisst ja immer was, ne? Irgendwas ist immer. Scheiße, ich hab keine Stickies mehr. Doch, hier. Man, ich seh den Baum vor lauter Bäumen nicht. I will den Baum vor lauter Laune nicht. Lauter wollte ich nicht. Was hast du für ein Schwert? Ein Stein. Okay. Kannst du runter? Du kleiner Hitzkopf. 足, zack, zack. Auf in die Schlacht. Moin hoin. Na? Komm mit, ich navigiere dir den Weg. Weißt du, wo das ist? Weißt du, nee. Nee. Warum bin ich denn richtig? Nee. Hier geht es aber wieder berghoch, ne? Ja, siehste. Ich meinte doch, wir müssen anders gehen. Komm mit, ich navigiere dir den Weg, okay? Okay. Das heißt, Sir, ja, Sir. Nein, Spaß. Also, jetzt müssen wir hier lang. Ja, wenn du gewartet hättest, wüsste ich auch, wo du bist. Hier. Seh dich nicht. Stopp! Ich sag einfach Stopp und seh dich gar nicht. Geh einfach Richtung Ausgang wieder. Ich seh deinen Namen, warte. Ja. Ich... Warte. Aber hier kann das doch nicht sein, da bin ich letztens runtergegangen. Das kann auch sein. Ja, hier bin ich runtergegangen, da ist... Gut, das war die falsche Seite. Okay, ich wollte gerade sagen. Also, ich muss sagen, vorne habe ich mich ein bisschen besser ausgekannt. Hier haben wir ihn. Da sind wir eben lang gegangen. Da sind wir eben lang gegangen. Echt nicht? Doch. Ne, hier, wo du jetzt lang bist, da sind wir noch nicht lang gegangen. Hier ist das. Passt auf. Ja, ich würde sagen. Wir gehen da erst in der nächsten Folge runter, da die Folge jetzt zu Ende ist. Oh Mann, ich habe mich so gefreut schon. Aber Leute, was soll's. Müssen wir rum, nee, drumherum. So, dennoch viel Spaß beim Videos schauen und ich hoffe, es hat euch, oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Genau, und bis zur nächsten Folge. Ciao. Peace.